Tor loswerden, die Bedingungen sind einzigartig hier. Versucht die Gasse, er hält drauf. Na bitte, Tor! Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Probiert, Freunde, was ist denn hier los? Also Hansi, Butter bei ihr Fische, wie fandest du die erste Halbzeit? Sucht seinen Mitspieler, André Silva, holt ihn sich wieder, er zieht in Richtung Tor. Und drin ist er! Damit also steht es 3 zu 0. Versucht den Pass da durch die Gasse. Da kommt der Flach. Riesen, er sitzt! Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Ah, okay, heißt also ab in Richtung Tor. Das ist ein Eigentor! Für dieses Tor wird, dass ein Unentschieden gerechter gewesen wird. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Ja, aber ich nehme ab, sie muss ja noch nicht. Ja! Danke! 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 Vielen Dank.